Ihr besucht nie das Gesindeviertel Fenris. Ich lebe nicht im Gesindeviertel. Ist euch die Sache unseres Volkes denn gleichgültig? Betrifft sie euch gar nicht? Ich muss das Gesindeviertel nicht besuchen, um zu wissen, was sie durchleiden. Ich weiß das besser als ihr. Ich lebe seit drei Jahren dort. Ich sehe das alles mit eigenen Augen. Und ich habe es durchlebt. Den Schöpfern sei Dank, ihr seid rechtzeitig zurück. Marithari ist hier. Musik Musik Ich bin sofort gekommen, Ariany. Ich wollte euch nicht schriftlich mitteilen, wie ernst es um euren Sohn steht. Die Magie macht ihn zu etwas, was man in Tevinter Somniari nennt. Einen Träumer. Träumer haben die Macht, das Jenseits zu kontrollieren. Die Menschen nennen es das Nichts. Fenril ist seit zwei Zeitaltern der Erste, der das überlebt hat. Warum sind sie so selten? Träumer haben im Nichts. Träumer haben im Nichts große Macht. Das zieht Dämonen an. Zum Glück sind die meisten zu schwach, um eine dämonische Besessenheit zu überleben. Eine Träumerabscheulichkeit wäre praktisch nicht aufzuhalten. Was genau werden wir hier jetzt tun? Die Elfen der Deals waren große Kenner der Somniari-Kunst. Sie konnten auch jenen ohne Macht den Zutritt ins Nichts ermöglichen. Ich habe mein Bestes gegeben, um das Ritual erneut durchzuführen. Wir benutzen das Heim von Fenriels Kindheit als Ausgangspunkt, um ihn durch den Schneier zurückzuziehen. Schickt mich einfach ins Nichts. Ich hab doch gesagt, ihr Mut ist legendär. Arienni entschuldigt uns jetzt. Wir müssen uns vorbereiten. Oh, natürlich. Ich muss euch noch mehr sagen, das nicht für ihre Ohren bestimmt ist. Ist Fenriels in Gefahr? Absolut. Und die Gefahr kommt vielleicht nicht daher, wo ihr sie vermutet. Fenriels darf keine Abscheulichkeit werden. Die Zerstörung, die ihr anrichten würde, ist unvorstellbar. Wenn ihr ihn nicht vor den Dämonen retten könnt, müsst ihr ihn töten. Ein Tod im Nichts macht aus ihm etwas, das euer Zirkel einen Besänftigten nennt. Danach ist er keine Bedrohung mehr. Ich lasse nicht zu, dass er eine Gefahr wird. Ich wünsche euch Glück. Stellt nun eine Gruppe auf, dann beginnen wir. Wählt sorgfältig. Denn auf alle warten Versuchungen. Kann ich mitkommen? Ich würde das Ritual zu gern sehen. Und ich stehe auch ganz bestimmt nicht im Weg. Ich habe nicht den Wunsch, das Nichts zu erkunden. Aber wenn ihr mich braucht, werde ich gehen. Ich gebe zu, das ist schon faszinierend. So lasst uns beginnen. Ist das die Templerhalle? Davon möchte ich nicht träumen. Ist ja schrecklich. Kommt! Faneweil muss weiter drin gefangen sein. Nun, zwei vergessene Magien an einem Tag. Das ist selten. Es ist eigentlich ein langsamer Ort, das Nichts ohne viele Überraschungen. Ich war nicht sicher, ob mir das hier gefällt. Aber es hat Potenzial. Ein Dämon der Trägheit. Denkt an Aktivität. An Laufen und Springen und dergleichen. Nennt mich Torpo. Ich habe einen Vorschlag, der euch vielleicht interessiert. Ich werde der Versuchung nicht erliegen, Teufel. Wie ihr meint. Ich werde der Versuchung nicht erliegen. Ein Dämon ist vor der Versuchung nicht gesчикиn. Ich werde mein volk ich präsentiere euch unsere hoffnung seine züge mögen ihn zum menschen machen aber durch sein herz fließt das blut der dales er kam zu uns um sein vermächtnis anzutreten um die macht einer abstammung freizusetzen die so alt ist wie unser volk ich weiß nicht was ich sagen soll das ist nicht die hüterin feinriel dämonen können eine andere gestalt annehmen er lügt der erste verzauberer ist ein handlanger der templer nein schweig dämon wenn ihr nicht hüterin marathari hat mich davor gewarnt ihr seid nicht die behüterin mutters volk hat keinen zirkel aber es paktiert nicht mit dämonen ihr warum habt ihr euch eingemischt seine macht und die meine verbunden fein mir hätte die welt verändert es gibt kein ehrliches geschäft mit einem dämon nicht dann ist es also lüge wenn ich euren gefährten anbiete was fenwil ausgeschlagen hat meint ihr diese elfin mit ihrem unschuldigen gesicht würde das angebot eines dämons ausschlagen hat sie früher auch nicht wie wäre es würdet ihr nehmen was ich den jungen angeboten habe sprust der dänisch retteren der elfen könnt ihr das denn ich bin der mächtigste meiner art was immer euch euer schuss und an tricks beigemacht hat verblasst dagegen dämonen hintergehen euch am ende immer ich kann euch nicht über das schicksal meines volkes stellen ihr habt mir meinen träumer genommen nun werdet ihr seinen platz einnehmen mit uns anzulegen ist selbst ich bin uns anzulegen ist selbst ich bin euren ich bin euren ich bin nicht nicht